Ich kriege den Wagen hier. Hallo, warum hilft mir denn keiner mit dem Wagen? Guten Morgen, heute seht ihr wieder mal zuerst das Frühstück. Ich mache mir gerade so kurz einen Kakao, oder ich habe mir einen Kakao gemacht und ich habe mir wieder so ein bisschen Porridge aus Amerika gemacht. Ich werde jetzt nicht richtig groß frühstücken, weil... Oh, jetzt habe ich hier gekleckert. Ja, weil Tobi noch schläft und... Ja, ich wollte jetzt nicht ihn wecken und ich muss eh noch mein Video bearbeiten und dann habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt als kleines Frühstück und gleich wird richtig gefrühstückt. Ja, der hat mich heute frei und das hier ist jedenfalls jetzt mein kleines frohes Frühstück. Ich bearbeite gerade mein Video und Tobi dreht voll durch. Und mein Video lädt auch gerade hoch. Tobi, du musstest jetzt seit 10 Minuten. So, ich bin gerade im Ikea und mache hier gerade alles kaputt. Ich bin gerade im Ikea mit dem Arbeitskollegen von Tobi und seiner Frau, Freundin noch. Und die Leute gucken mich schon wieder an, als hätte ich einen Sockenschuss. Ich flage. Ich kriege den Wagen hier. Hallo, warum hilft mir denn keiner mit dem Wagen? Giuseppe, ist es eigentlich böse, wenn ich die Mandarinschale in den Mülleimer hier schmeiße? Nein, darfst du nicht. Nein, so aussieht will ich nicht, dann vergammeln die nachher. Ah ja, perfekt. Also das ist jetzt ein Richtig. Und ja, wir fahren jetzt jedenfalls gleich nach Köln, dann holen wir noch ein bisschen so wasserfestes Make-up, weil wer weiß, bei einer Hochzeit wird viel geweint. Aber aus Freude. Und ja, wir werden noch gucken. Wir sind gerade im Douglas und draußen ist es so kalt. Also mittlerweile sind wir wieder in Köln, in der Innenstadt. Und sie kriegt da hinten gerade, da kriegt sie das Make-up aufgetragen, damit sie weiß, welche Farbe wir gleich kaufen müssen. Und mein Handy ist leer. Der Echo von der Kamera ist leer. Ich hoffe, erst mal das mit der Musik, dass es hier gerade nicht ein Problem ist. Und dass das alles noch so hält und nicht filmen kann. Ist das gerade ein beschissenes Licht, aber naja, so ist es ein bisschen besser, finde ich gerade. Ja, ich bin gerade, es sieht alles gerade scheiße aus. Ich bin gerade unterwegs und ja, der Tag, der war heute so, so, so stressig irgendwie, dass ich gar nicht richtig aufnehmen konnte und stehe gerade an der Ampel. Und ja, jetzt gerade fahre ich zu Lusteria und habe gerade Filme ausgeliehen, weil Tobi und ich heute zwei Jahre und drei Monate zusammen sind. Und ich mache ihm heute einen schönen Abend. So, und jetzt muss ich losfahren und so, wir sehen uns gleich. Boah, ich bin gerade so im Stress. Bei uns waren gerade die ganzen Straßen, waren irgendwie gesperrt. Boah, okay, gut. Ich vlog gerade mit dem Handy, weil ich keinen Plan habe, wo die Karte ist von der anderen Kamera. Okay, der hält es gerade auf. Das Essen ist ein bisschen kalt geworden. Ich muss jetzt den Tisch decken, Kerzen anmachen und den Film reinmachen. Und ja, das werde ich jetzt machen. Und Tobi ist auch schon auf dem Heimweg, deswegen mache ich jetzt mal schnell und melde mich dann gleich wieder, wenn hier alles fertig ist. Und ja, da. Ich mache mal ein bisschen heller. Geister, Schatz, da war's. So, ich war bei Lusteria und habe hier so ein bisschen, ja, mir ist das gerade ein bisschen angebrannt. Deswegen habe ich auch den Teller, weil ich es ein bisschen zu lange im Ofen hatte. Einen Salat, die Pizza ist auch noch im Ofen, also Essen für 10. Und dann habe ich, oi, ein bisschen dunkel gerade. Du hast das Essen. Ja, habe ich Popcorn und Essen ausgeliehen. Ne, Finn? Und Fini kriegt auch gleich was. Essen. Kann ich anfangen, kann ich anfangen, kann ich anfangen. Dankeschön, guten Appetit. Guten. Tobi und ich haben gerade was Neues gefunden. Wir rutschen auf den Dingern hier rum und das sind unsere fliegende Typische. Na, da liegen. Jetzt. Scheiße. Ich bin dann mal weg. Ey, das ist Cheaten, das geht nicht. Das ist kein Cheaten. Guck, das musst du nur so. Lauf, kleiner Pippe. Warum geht das bei dir so gut? Shit. Das ist, weil ich das Handy hier habe. Nein, geh weg. Geh weg, es wird weg. Richtig auseinander. Achtung. Jetzt, jetzt habe ich schon Achtung. Jetzt nehme ich schon auseinander. Ach Gott, nein. Du dörst, du hast doch nicht. Nee. Warum bleibt die Scheißchen verliehen? Ah, no. Ich will dich jetzt haben. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Ich geh nicht auseinander. Was mir nicht eingefallen ist, vielleicht ist der Trick an der Sache. Ich kenn dich. Aber innerlich fangt sie mich immer noch auf. Nee. Doch, doch. Jetzt, please. Jetzt, jetzt. Nee. 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 Jetzt tue ich so, als würde ich mich putzen. Nee. Mama und Papa dürfen das nicht sehen. Nee. Ich bin einget ler, da. Da, 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 da. Es kriegt mich. Es kriegt mich. Es kriegt mich.